Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Neuer Tag, ich hoffe ihr habt einen guten Wochenstart gehabt. Und ihr seht es, es geht um Call of Duty, aber nicht Vanguard, sondern das naheste, naheste, nahel, es geht um das nächste, nahelneue Call of Duty und es wird Black Ops 6 sein. Es gab schon die ersten beiden Teaser, Trailer-Videos, die laufen im Hintergrund für euch. Am 9. Juni beim Xbox-Showcase wird Call of Duty Black Ops 6 vorgestellt und ich weiß all diese Themen von Call of Duty, die uns seit Jahren auf den Keks gehen. Aber, und das ist ein großes Aber, es ist ein Treyarch-COD und ich als anerkannter Treyarch-Fanboy freue mich trotzdem darauf. Ich werde genauso kritisch über das Game, über die Entwicklung, über die Mechaniken sprechen, wie über Infinity Ward Games und Sledgehammer Games. Aber, und das ist ja kein Geheimnis, ich halte Infinity Ward für das mit Abstand schlechteste Entwicklerstudio mittlerweile. Das mag sein, dass das vor vielen, vielen Jahren anders war, aber die Zusammensetzung in den Studios hat sich einfach geändert. Leider ist das gleiche bei Treyarch aber auch der Fall. Unser großer Boss, David von der Haar, hat sein eigenes Projekt gestartet, ist bei Treyarch ausgestiegen. Das heißt, Mads Grons und all die anderen sind mittlerweile hauptverantwortlich. Trotzdem ist das, was wir jetzt kriegen, das erste Black Ops, das erste Call of Duty seit Black Ops 3, an dem sie mehr als zwei Jahre überhaupt Zeit hatten, hier in dem Fall insgesamt vier ganze Jahre, ununterbrochen dran zu arbeiten, was Zombie angeht, was Multiplayer angeht und, und, und. Und zu dem Ganzen, was wir jetzt noch erfahren werden, haben wir schon einiges erfahren. Unter anderem geht es um 9-11, was krass ist, und um Verdans, was auch krass ist. Und all das verpacke ich heute in ein Video und gebe euch das mit und ihr könnt entscheiden, ob ihr euch freuen wollt oder nicht. Ich habe parallel noch ein paar Ideen zu X-Defiant, das heißt, ihr werdet ja auch noch die Tage einiges zu sehen. Noch ein, zwei Sachen, die das Game unbedingt ändern muss, ein, zwei Sachen, die mir wirklich sehr gut gefallen, das ist doch mal sehr differenziert. Ich habe es ja im ersten Video gestern oder vorgestern schon gemacht und möchte euch gerne einen Kommentar zeigen, dass ihr seht, mit was wir teilweise umgehen müssen. Ich möchte gerne auf diesen Kommentar eingehen von LorenzKohler794. Also die Tatsache, dass Menschen allen Ernstes immer noch mit Klarnamen sich so aufführen, mit so einer Rechtschreibung, tut mir in meinen Augen weh. Und normalerweise lese ich mir alle Kommentare durch und auf so richtig dumme Kommentare reagiere ich gar nicht mehr. Was ich mittlerweile mache, ist Nutzer auf Kanal ausblenden, wenn jemand wirklich Scheiße schreibt. Derjenige wird niemals erfahren, dass seine Nachricht nie wieder gelesen wird auf diesem Kanal. Keiner kann diese Nachricht mehr sehen. Ich nie wieder. Und habe meine Freude, in dem Fall muss ich ihm kurz antworten. Wisst ihr, Leute, in so einem Video wie gestern, wo ich sehr ausführlich darüber spreche, was mir in X-Defiant gefällt, was mir nicht gefällt, was meine Sorge ist, ob es mich abholt oder nicht, ohne es zu haten, in den Himmel zu loben. Da sind die Menschen nicht mehr in der Lage zu sagen, okay, das war, er sieht es halt so oder er sieht es so. Ich kann seine Meinung akzeptieren, hier ist meine. Die Leute können es nicht mehr. Sie haben alle TikTok-Hirne. Und TikTok-Hirne ist für mich mittlerweile die Beschreibung von vielen Menschen, die halt so eine Aufmerksamkeitsspanne von ungefähr 30 Sekunden haben. Das ist wie so ein Hund, mit dem man spazieren geht, der plötzlich einen Vogel sieht. Die sind die ganze Zeit so auf den Weg fokussiert und sind so, taube, taube, oh, noch eine Taube. So sind die meisten Menschen mittlerweile. Was heißt die meisten? Auf jeden Fall ein paar. Ich wollte es nur einmal sagen, solche Kommentare sind immer einfach nervig, weil sie mir Zeit kosten und ich die richtigen Kommentare eigentlich gerne lesen möchte. Das heißt, Lorenz Kohler, ich sehe deine Nachrichten in Zukunft nicht mehr, Pech gehabt. Schade, nächster Versuch. Was wir zu Black Ops 6 wissen. Vier Jahre Entwicklungszeit, ununterbrochen. Bei Cold War mussten sie ja von, ich glaube, das war Raven Software und Sledgehammer übernehmen, weil die in der Entwicklung nicht vorankamen. Da hat dann Treyarch das irgendwie gerettet. Cold War ist sogar von den Black Ops-Teilen meiner Meinung nach noch das Schlechteste und trotzdem besser als das, was wir die letzten drei Jahre ehrlich gesagt hatten. Dann Black Ops 4, was bei Multiplayer mit den ganzen Hero-Fähigkeiten so ein bisschen... Black Ops 4 ist so eine eigene Sache. Da muss man aber immer bedenken, sie haben während des Entwicklungsprozesses plötzlich Ressourcen von den Teams nehmen müssen für Design, Animation und so und haben es im Blackout stecken müssen. Weil Activision plötzlich um die Ecke kam und sagte, ihr seid zwar das kleinste Studio von allen, aber wir hätten ganz gern das allererste Mal in der Geschichte von Call of Duty im Battle Royale. Macht doch mal was draus. Und Treyarch hat geliefert, Blackout, selbst wenn man Warzone, Verdansk mehr gefeiert hat danach, Blackout war richtig, richtig stark. Und da hat David Fondaha wirklich sein Mastermind ausgepackt. Und davor Black Ops 3, Black Ops 2, brauche ich nicht überreden, Leute, grandiose Games. Das heißt, das erste Mal seit Ewigkeiten haben sie wirklich ausreichend Zeit, an dem Game zu arbeiten. Was wir ebenfalls wissen, und das ist eine der kontroversesten Sachen, die ich bisher gehört habe und die interessiert mich sehr. Und zwar, jeder von euch, der älter als 10 ist, erinnert sich an die Mission No Russian. Und ich glaube, ich brauche nicht viel darüber erzählen, was wir da machen durften und wie viel Diskussion das auch über das Gaming hinaus eigentlich verursacht hat. Wenn ich euch jetzt sage, dass es sehr, 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 sehr viele Leaker gibt, die sagen, dass wir eine 9-11-Mission im Singleplayer haben werden, im Story-Modus. Sprich, dass wir, und das ist noch nicht sicher, irgendwie da Terroristen spielen oder versuchen müssen, Terroristen am 9. oder 9-11, am 11. September 2001, daran zu hindern, Flugzeuge in die World Trade Center zu hauen. Dann finde ich das krass, dass sich Activision, auch unter der Schirmherrschaft von Microsoft mittlerweile, an diese Thematik herantraut. Weil 9-11 ist in den USA etwas, wo man sehr, sehr, sehr vorsichtig mittlerweile sein muss, wie man darüber spricht, was man darüber sagt, wie man darüber denkt. Das Ganze in einem Shooter-Game als Mission zu verpacken, ist meiner Meinung nach noch kontroverser als damals bei No Russian. Wenn sie diese Story wirklich raushauen, diese Mission, hoffe ich sehr, dass sie das mit dem nötigen Anstand, mit dem nötigen Pietät machen, aber gleichzeitig immer noch daran denken, es ist ein Game. Und auch, wenn es aktuell wieder Diskussionen gibt, weil Activision verklagt werden soll, weil wieder in den USA jemand am Mock gelaufen ist und die Schuld wird daran gesucht, dass der Typ Call of Duty gespielt hat, was eine elendige Diskussion ist, weil Leute, jedes Jahr spielen Millionen Leute Ballerspiele und deswegen gehen Millionen Leute nicht in die Schulen und ballern Kinder über den Haufen. Genauso wie all diese Leute dreimal am Tag auf Toilette gegangen sind, Toilettenpapier genutzt haben, Zahnpasta genutzt haben, Zahnpasta macht auch nicht dazu, macht einen nicht dazu. Also es ist eine ganz anstrengende Diskussion, die immer wieder darauf zurückgeführt wird und viel weniger auf das Waffengesetz in den USA, was halt eigentlich gar nicht existent ist und und und. Also ich hoffe sehr, dass sie diese Mission tatsächlich rausbringen, es würde mich persönlich sehr interessieren, wie sie es machen. Dazu kommt, spätestens mit der übernächsten Season, vermute ich, vielleicht sogar schon, ja doch, mit der übernächsten, die nächste ist ja schon nächste Woche, mit der übernächsten Season werden wir den Übergang sehen zwischen Warzone, wie wir es jetzt haben, zu Verdans. Die neue Warzone-Karte bei Treyarch wird Verdans sein, das hat Activision vor vielen Monaten mal geteased und das Ganze ist seitdem auch nirgendswo irgendwo von irgendeinem aufgegriffen worden, im Sinne von, nein, das stimmt nicht, sondern jeder, der irgendwie Ahnung in der Materie hat, sagt, ja, das stimmt. Verdansk wird zurückkehren, das ist aus Marketing-Sicht natürlich ein genialer Schachzug, weil Verdansk wird alle Leute von damals wieder zurückziehen, selbst wenn es sich anders anfühlt, wenn damals die Zeit anders war, Verdansk war das Game schlechthin für uns alle. Für mich, neun, zehn Stunden am Tag, es war Corona-Zeit, wir waren alle zu Hause, die ganze Welt war im Abgrund, es war alles abgefuckt und dieses Game hat vielen von uns so auch über die Wochen und Monate geholfen, wenn man eben auch einfach alleine zu Hause war, nicht viel machen konnte, man war trotzdem mit den Jungs dann am Gaming. All diese Erinnerungen werden von Activision natürlich clevererweise wieder zurückgeholt, deswegen, ich glaube, sehr cleverer Schachzug, Verdansk wieder reinzubringen. Es wird welche geben, die sagen, es ist wieder aufgewärmt, es wird auch Leute sagen, die sagen, COD ist mir scheißegal, SBMM, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das ist alles legitim und es ist auch keine Garantie, weil es ein Treyarch-Game ist und weil es ja zur Zeit des Golfkrieges spielen soll, das ist ja noch nicht ganz 100% sicher, würde jetzt nicht 100% mit 9-11 vielleicht passen, außer sie machen da so einen Zeitcut von ein paar Jahren. All diese Meinungen sind okay, aber alle Treyarch-Fanboys wie ich sind natürlich jetzt an dem Punkt, wo wir uns einfach darauf freuen, dass wir tatsächlich ein Treyarch-COD wieder bekommen, was schon sehr lange her ist, wo wir in den letzten Jahren einfach, wenn Treyarch drauf stand, seltenst wirklich enttäuscht worden sind und Infinity Ward hat das ja durchaus hingekriegt, uns zu enttäuschen. Ob wir jetzt MB2 nehmen oder Sledger mal mit Vanguard oder MB19 vorher mit Infinity Ward oder es gibt halt echt einige Games, wo sich viele der Community gesagt haben, was zur Hölle ist das bitte? Deswegen, das sind so die groben Sachen, die wir bisher wissen. Ich freue mich, ja tatsächlich, ich freue mich. Freuen bedeutet nicht Hype, TikTok hören. Freuen ist Freuen, Hypen ist Hypen. Ich bin sehr gespannt, welche Sachen wir bis zum 9. noch bekommen, ob noch mehr Teaser-Trailer, noch mehr Trailer, vielleicht die ersten Infos über die Story, Kampagne über eine Beta oder sonst was. Und spätestens am 9. Juni, was ja schon eineinhalb Wochen ist, werden wir dann noch mehr wissen, weil uns dann etwas vorgestellt wird. Höchstwahrscheinlich nicht allzu viel, aber zumindest ein bisschen. Leute, freut ihr euch auch? Seid ihr aus der Franchise komplett raus? Seid ihr Treyarch-Fanboys? Sagt mir so in den Kommentaren, lasst ein Like da, ich bin raus, haut rein.